Und damit herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie oft ich zu diesem Thema gefragt worden bin. Es war vermutlich jeder zweite Kommentar unter dem IP-Adressen-Video, was ich vor einiger Zeit schon mal gemacht habe, zum Thema IPv6-Adressen. Nun, auf der einen Seite kann ich euch verstehen, IPv6 soll die Zukunft sein und trotzdem habe ich sie nicht richtig erklärt, sondern habe eher das alte Thema erklärt. Trotzdem muss ich eins vorweg sagen. Bevor ihr jetzt anfangt, hier das Video komplett anzuschauen und zum Schluss nur noch Bahnhof zu verstehen, empfehle ich euch ganz klar, schaut euch erst einmal das Video zum Thema IPv4 an und wenn ihr das verstanden habt, dann schaut euch nochmal das Thema MAC-Adressen und auch Binärsystem an und wenn das dann alles richtig sitzt, dann klickt ihr hier bei dem IPv6-Video nochmal rein und schaut euch das komplett an. Denn ihr werdet feststellen, IPv6-Adressen sind ziemlich umständlich und ihr seht schon an der Videolänge, ich versuche das zwar ausführlich und einfach zu erklären, aber ich werde bei Weitem nicht alles erklären können, was IPv6-Adressen alles so umgeht. Diese ganzen Richtlinien zu IPv6 sind übrigens insgesamt 105 A4-Seiten lang. Also ihr werdet verstehen, dass ich das in einem Video nicht alles erklären kann. Wer sich dafür interessiert, ich habe euch schon ein paar solche Auszüge oder so ein paar Linkungen mal mit unten reingeschrieben, da könnt ihr euch alles auch gerne selbst durchlesen. Ich werde hier mal nur auf die Grundlegenden und auf die wichtigsten Dinge eingehen. Okay, nachdem das geklärt ist, schauen wir uns dann erstmal so eine IPv6-Adresse überhaupt erstmal an. Wie immer hier mit meinen tollen Paint-Künsten gemacht, IP-Adressen. Es gibt erstmal zwei unterschiedliche IP-Adressen, das sind in dem Video nicht weiter behandelt, deswegen auch so leicht andere Farbe hinterlegt. IPv4-Adressen, das haben wir schon besprochen, wir wissen wie sie aufgebaut sind, wir wissen, dass es ein paar Millionen Adressen gibt, wir wissen, wie sie aussehen, wir wissen, dass sie 32 Bit lang sind. Gut, mehr müssen wir in diesem Video zum Thema IPv4 auch nicht klären, in diesem Video geht es ausschließlich um diese tollen Dinger. Das hier, was ich hier aufgemalt habe mit dem 2001.08db8.000 und so weiter, das ist eine IPv6-Adresse, hier in diesem Zustand mal vollkommen ausgeschrieben. Der Vorteil, oder fragen wir uns mal andersrum. Jetzt sehen wir hier IPv4 und IPv6. Nun, jeder, der schon mal Matheunterricht gesessen hat, weiß, dass man nicht bei der 4 anfängt zu zählen und selbst wenn man bei der 4 angekommen ist, kommt die jetzt nächstes nicht die 6. Irgendwas ist hier faul. Nun, das möchte ich kurz erklären. Geschichtlich gesehen ist die IP-Adresse sowohl bei, also die IPv1 beziehungsweise IPv2 und 3. Früher war das ein Teil des TCP-Protokolls, also TCP-IP. Und erst mit der Version Nummer 4 wurde die IP-Adresse und dementsprechend das Internetprotokoll aus dem TCP-Protokoll herausgelöst und selbstständig hingestellt. Das heißt, obwohl wir schon in der vierten Version sind, dieser IP-Adressen, gibt es erst mit der IPv4 eine eigenständige Adresse. Das muss man vielleicht erst mal wissen. Dementsprechend reden wir von IPv4, obwohl es 1, 2 und 3 zwar gegeben hat, aber für uns nicht mehr relevant ist, weil das gibt es in der heutigen Netzwerkwelt einfach nicht mehr. So möchte ich das jetzt einfach im Raum stehen lassen. Jetzt fragt sich jeder, okay, gut, 1, 2 und 3 habe ich damit erklärt, waren alte Themen. Wo ist denn jetzt die 5 hin? Weil nach der 4 kommt doch eigentlich die 5. Nun, ja, auch das haben sich die wissenschaftlichen Wissenschaftler gedacht und haben auch IPv5 entwickelt, zumindest angefangen zu entwickeln. Allerdings ging das dann in Richtung Streaming-Protokoll. Das hat sich allerdings nie richtig durchgesetzt, denn das war eigentlich ein großer Fehler, um das genau zu sagen. Es gab eigentlich nur Probleme damit, wurde dann auch relativ zeitnah wieder eingestellt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es irgendwo noch experimentelle Umgebungen gibt, wo man sowas anwenden kann. Also kurz gesagt, IPv5 existierte mal in der Wissenschaft irgendwo in der Produktion, sage ich jetzt mal so. Aber es hat sich halt nie durchgesetzt. Es ist niemals für den Markt offen gewesen. Noch dazu, IPv6 wurde zeitgleich entwickelt. Dementsprechend gab es überhaupt keinen Grund, an der 5 weiterzuarbeiten. Dementsprechend haben wir jetzt IPv6 als Nachfolger. Es ist tatsächlich die sechste Version, aber eben erst das zweite, was bei uns als Endverbraucher ankommt. Gut, David, wissen wir erstmal, warum das überhaupt so komisch heißt. Wie das Ding aussieht, wissen wir jetzt auch. Und warum gibt es jetzt überhaupt eine neue Adresse? Ich meine, IPv4-Adressen sind so schön kurz, so schön klein, so schön übersichtlicher und bis jetzt läuft durch das Internet auch. Ja, nein, eigentlich nicht. IPv4-Adressen, wir sehen es schon, 32 Bit und so viele Anzahl an Adressen. Versucht bitte nicht, dass ich jetzt die Zahl ausspreche und vor allen Dingen hier drüben, das sind irgendwas mit 340, 6 Tillionen, frag mich nicht. Muss ich selber nachgucken, wie man die Zahl ausspricht. 2 hoch 128 Bit, habe ich da bloß in Taschenrechner eingeteben, da kam die Zahl raus. Ich hoffe, das stimmt. Und wir sehen schon, es ist einfach eine Adressenknappheit. Jetzt denkt sich jeder, ach, hier so viele Adressen, das kann doch unmöglich sein, wir haben 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, wie kann denn das sein, dass unsere Adressen alle sind? Ja, das Problem ist, jeder Rechner, jeder Surfer, einige Router, nicht nur einige, sondern nahezu alle Router und so weiter und so fort, die benötigen alles so eine blöde Adresse. Und jetzt wollen wir noch Netze bilden, das heißt, wir brauchen eine Netzadresse. Diese Broadcast-Adresse, ja, ich habe es mit Absicht falsch betont, damit ich wieder böse Kommentare bekomme. Ja, diese Broadcast-Adressen und so einen Spaß, die sind auch noch mit drin. Das heißt, wir gehen jede Menge Adressen sowieso schon verloren, nur damit wir unser Netzwerk überhaupt zum Laufen bekommen. Und wenn wir das jetzt noch alles abziehen, dann werden wir feststellen, dass wir bereits jetzt so eine starke IP-Adressenknappheit haben, dass wir keine Chance mehr haben, unsere ganzen Geräte, die aktuell auf diesem Planeten existieren, mit IP-Adressen zu versorgen. Also bereits jetzt gibt es keine IPv4-Adressen mehr. Und bereits jetzt wird ein Großteil über IPv6 gemacht, weil es einfach keine V4-Adressen mehr gibt. Es ist einfach schon so, seit Jahren übrigens schon. IPv6 gibt es auch schon seit Jahren, ich bin mir gar nicht sicher, ob 96 oder 98 oder so das erste Mal davon gesprochen wurde. 2004 haben auf jeden Fall die ersten Internet-Service-Provider angefangen, das ganze Zeug schon umzusetzen. Also es ist schon eine ganze Weile lang auf dem Markt vorhanden, aber es implementiert sich irgendwie noch nicht so richtig. Nun, das möchte ich auch erklären. So eine IPv6-Adresse hier ist ja nun wirklich bescheuert. Diese Adresse auswendig zu lernen, da hat man schon nicht mehr ganz alle Tassen im Schrank, aber da alle mitzulernen, ja, tut mir leid, aber da gehört ja eingewiesen, wenn ihr das macht. Und dementsprechend hat sich das auch jemand festgestellt und hat gestellt, ah, es ist zwar schön, dass wir jetzt so eine schöne lange Zahl haben mit IP-Adressen und jetzt können wir es hexadezimal schreiben, früher halt nur dezimal, das heißt, wir können jetzt auch noch Buchstaben mit reinschreiben, aber das ist zu lang. Also hat man ein paar Regeln aufgestellt. Die Regeln sind eigentlich relativ einfach. Es gibt immer nur Kleinbuchstaben. Wenn hier Buchstaben verbaut werden, dann sind das immer Kleinbuchstaben, Punkt aus Ende, damit es gar keine Probleme damit gibt. Führende Nullen können weggelassen werden. Also zum Beispiel hier diese Null in diesem Block kann weggelassen werden. Wenn hier nur db8 steht, weiß man, ah, okay, das vierte Zeichen, das muss vorne dran stehen, das muss eine Null sein. Hat man auch festgelegt. Okay, damit kürzt man das schon mal. Komplette Nullerblöcke mit viermal Nullen, wie zum Beispiel hier, können komplett entfernt werden. Dann lässt man die einfach raus und dann steht hier Doppelpunkt, Doppelpunkt. Das funktioniert auch wunderbar. Allerdings darf man maximal zwei Doppelpunkte ineinander haben. Das heißt, Doppelpunkt, Doppelpunkt, dann muss der nächste Block losgehen. Also man kann jetzt hier nicht das 10, 20 Mal in einer Adresse machen. Gut, das geht eh nicht so viel Blöcke, haben wir nicht, aber ich weiß es. Diesen Block und angenommen, diesen Block kann ich jetzt nicht zweimal ausgrenzen. Das werden wir jetzt auch gleich noch ein Beispiel sehen. Hier unten habe ich mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Hier ist nochmal die MAC-Adresse. Die MAC-Adresse sage ich schon, jetzt bin ich schon ganz durch den Wind. Die IPv6-Adresse haben wir hier nochmal stehen. Wenn ich die kürzen möchte, dann ist es falsch, wenn ich jetzt, wie gesagt, mehrere Doppelpunkte ineinander schreibe. So ein Quatsch gibt es bei IP-Adressen nicht, auch nicht bei der Version 6. Auch nicht richtig ist, wenn ich zwischendrin irgendwelche Nullen rauskürze, wie hier. Ja, da habe ich irgendwann zwischendrin. Woher soll ich denn wissen, wo die Null jetzt fehlt? Ob nur vorne dran oder hinten dran oder sowas? Das ist falsch. Also ich darf nicht zwischendrin, auch nicht hier irgendwas hinten dran. Ich darf nicht irgendwo eine Null weglassen. Auch falsch ist das hier unten. Und zwar, indem man nur ein bisschen was kürzt. So ein bisschen kürzen, aber ein bisschen wieder nicht. Diese Null zum Beispiel hat ja nichts zu suchen. Diese Null hat ja auch nichts zu suchen. Also auch zu wenig kürzen ist eine falsche Schreibweise bei einer gekürzten IP-Adresse. Man hat sich dann auf eine Form umgelegt und das ist die hier unten. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue und das hier anschaue, dann ist die zwei hier unten schon deutlich kürzer. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn jemand von euch fragt, hey, wie ist denn deine IP-Adresse? Du fängst dort an mit 2001, Doppelpunkt, 3F1B, Doppelpunkt, Doppelpunkt, F1, 2A, bla, bla, bla. Ganz ehrlich, soll der gleich das bunte Auto rufen oder so? Also das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum IPv6-Adressen noch gar nicht so richtig bei uns Menschen angekommen sind. Ich rede jetzt von der menschlichen Seite. In der maschinellen Seite hat das auch noch ein Problem. Okay, denn alles, was IPv4-fähig ist, ist nicht gleichzeitig IPv6-fähig. Denn wir sehen schon, der Aufbau, die Adresse, die Größe, jetzt plötzlich mit Buchstaben und so Spaß. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was erstmal überwunden werden muss. Das ganze Software, die ganzen Systeme, die Hardware, das muss erstmal alles unterstützen. Wenn ihr jetzt noch ein altes, uralt Handy bei euch rumliegen habt, was auch ins Internet gehen kann, das wird mit Sicherheit keine IPv6 können, wenn es jetzt wirklich ein altes Gerät ist. Das kann IPv4 und dann das alle. Das heißt, wenn wir jetzt alles umstellen auf IPv6, dann könntet ihr mit diesem Gerät nicht mehr ins Internet. Wäre ja auch doof. Gut, jetzt ist die Frage, warum ihr noch so ein altes Gerät rumliegen habt, aber anderes Thema. Dann ganz große Probleme. Nehmen wir als Beispiel mal Microsoft. Bei Microsoft wird ein Doppelpunkt nicht akzeptiert in der Adresszeile. Das heißt, wir müssen hier Doppelpunkte durch Minus und mit einer zusätzlichen ID hintendran versehen, damit wir überhaupt irgendwo Verzeichnisse aufrufen können, wenn wir über so einen Doppelpunkt gehen. Man könnte natürlich alles mit Domains verarbeiten, aber wir reden jetzt nur von einer eigenen IP-Adresse. Wenn wir die verwenden, haben wir ein Problem. Bei Microsoft können wir nicht mit Doppelpunkten arbeiten. Und das meine ich jetzt nicht, ah, böse ist Microsoft. Nein, Microsoft ist nur einfach der größte Markt. Damit hat jeder schon mal zu tun. Jeder hat mit Windows, denke ich, schon mal schon gearbeitet. Dementsprechend ist das jetzt mein Beispiel. Das hat nichts zu Windows-Böse zu tun. Muss man bei YouTube immer vorsichtig sein mit so einer Aussage. Weiteres Problem. Ein Doppelpunkt, wenn ihr das als URL eingebt. Wenn ihr jetzt auf diese IP-Adresse joinen wollt, indem ihr statt eine Domain diese IP-Adresse eingebt, dann wird mit einem Doppelpunkt in dieser Adresszeile, zum Beispiel beim Chrome, Firefox, Internet Explorer, was auch immer, dann wird der Port definiert. Das heißt, die IP-Adresse würde nach 2001 enden. Dann würde der Port 10db8 heißen. Diesen Port gibt es nicht. Dann würde Maximum ein Error kommen oder nicht gefunden. Und der ganze andere Quatsch, der wäre für den Browser überhaupt nicht zu verstehen. Das heißt, selbst dort die Implementierung von einem ganz normalen Browser, mit dem ihr ins Internet geht, selbst das funktioniert nicht, weil der einfach nicht auf Doppelpunkte vorbereitet ist. Und ein normaler Punkt wäre auch wiederum falsch, weil der danach Domains auflöst. Das heißt, so einfach ist das gar nicht. Um dort zum Beispiel IPv6-Adressen zu schreiben, muss man eine geschweifte Klammer außenrum schreiben. Nur mal so ganz nebenbei. Also ihr seht schon, so ganz einfach ist die Umstellung nicht. Das ist auch der Grund, warum es immer noch lange dauern wird. Bis wir irgendwann diese Adresse nicht mehr kennen. Ich glaube, ich behaupte, dass wir das sogar niemals schaffen werden. Ich glaube, es wird niemals einen Punkt geben, IPv4-Adressen komplett zu vergessen. Denn aktuell sagen die Hersteller, na gut, meine Geräte können IPv4 und IPv6. Und wiederum die Leute, die die Netzwerke umbauen, sagen, na gut, es können doch alle Geräte IPv4 und IPv6. Ja, also das ist so ein Kreislauf. Wenn nicht irgendwann einer mal sagt, gut, ab sofort gibt es das nicht mehr, wird der andere auch nicht sagen, okay, ab sofort gibt es das nicht mehr. Der eine sagt ja, wenn es der andere noch macht, dann ist gut und das sagt der andere auch. Okay, haben wir genug darüber gesprochen. Wir wissen jetzt erstmal, wie man so ein Ding kürzen kann. Man kann es zwar kürzen, es gibt richtige und falsche Schreibweisen. Hier gibt es ganz klare Vorschriften. Aber hier muss man aufpassen, selbst gekürzt sind die Adressen scheiße, um auf gut Deutsch zu sagen. Gucken wir mal weiter. Eine IPv6-Adresse, sie habe ich so nach oben nochmal groß hingeschrieben, hier unten übrigens nochmal binär aufgeschrieben. Eine IPv6-Adresse unterscheidet sich allerdings vom Aufbau erstmal gar nicht so gravierend zur IPv4-Adresse. Und zwar gibt es zwei Bereiche bei der IPv6-Adresse. Das ist einmal der Netzpräfix, hier mal farblich die Kennzeichen und hier mal so ein leichtes Grau, der sogenannte Interface Identifier. Ja, das Netzwerkpräfix oder der Netzwerkpräfix, der ist genauso wie bei IPv4-Adressen, das ist der, ja, Präfix eben. Das ist der Netzanteil. Zu diesem Netzwerk gehört das. Das heißt, jeder Rechner in diesem Netzwerk von dieser IP-Adresse hat den gleichen Anfang. Und zwar in unserem Fall die ersten vier Blöcke, die gleich sind. Das sind insgesamt 64 Bit. Wenn man jetzt 8 Bit, also zwei solche Zahlen, die 21 in unserem Fall hier wegnehmen würde, hätte man dann eben nicht mal 64, sondern 56 Bit, dann wäre hier die Grenze. Man kann also auch hier diese IPv6-Adresse genauso mit Subnetting versehen und genauso subnetten wie bei IPv4-Adressen. Wie gesagt, ich nehme mit Absicht diesen Fachbegriff, wer das nicht weiß, von was ich rede, der hat das IP-Adressen-Video in der Beschreibung noch nicht angeschaut. Schaut euch das bitte an, sonst werdet ihr jetzt immer und immer mehr Fragezeichen über den Kopf bekommen. Der Interface-Teil dieser Adresse, der wiederum setzt sich besonders zusammen. Das zeige ich euch gleich noch. Und der Interface-Teil, der ändert sich natürlich pro Gerät. Wie gesagt, in unserem Fall ändert sich das, oder ist die Teilung genau in der Mitte bei 64 Bit. Okay. Der Interface-Identifier, der wird wie folgt zusammengesetzt. Und zwar nimmt man sich hierfür die MAC-Adresse. Die MAC-Adresse, hier in unserem Fall, wäre das die 02-00-00-37-02-10. Wer nicht weiß, was eine MAC-Adresse ist, wie das haben gebaut ist, ab in die Videobeschreibung, hier sofort Pause drücken. Ihr werdet sonst nur Bano verstehen. Nochmal gesagt. Die MAC-Adresse, jetzt binär ausgeschrieben, damit kann man sich das ein bisschen leichter vorstellen, würde diese Zahl ergeben. Bla 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 mit 00001, 0000 und so weiter und so fort. Ihr könnt es selber lesen. Das ist einmal dieser Anteil, der ist hier auch wieder farblich markiert und hier dieser Graue. Ne? Seht ihr ja selbst. Wenn man jetzt daraus den Interface-Anteil einer IPv6-Adresse bildet, wird wie folgt gearbeitet. Der zweite Bit im ersten Block, man liest eine binäre Adresse, immer von rechts nach links. Nicht wie unsere Wörter von links nach rechts, sondern andersrum. Dementsprechend ist der zweite Bit der zweite von rechts. Hier fängt der Block an, erster, zweite. Der zweite Bit, der wird negiert. Sollte hier also eine 1 stehen, wie in unserem Fall, wird daraus eine 0. Sollte hier eine 0 stehen, wird daraus eine 1. Das muss man wissen, sonst checkt man nicht, wie das richtig entsteht. Das ist jetzt auch der einzige Bit, der geändert wird. Alles andere bleibt dann so. Das heißt, die ersten drei Blöcke, die können wir schon mal nehmen, um hier 1, 2, 3 mal 8 Bit jeweils zu verarbeiten. In unserem Fall sind es dann 3 mal 0. Sehen wir auch hier oben. 1, 2, 3. Jetzt haben wir hier schwarz markiert, einen zufällig generierten Block. Diese Blöcke, und zwar insgesamt 16 Bit, einmal die 8 und einmal die 8, die werden zufällig generiert. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich euch gleich noch. Die werden zufällig generiert und hier eingefügt. Und danach werden die restlichen Bit wieder aus der MAC-Adresse genommen. Und zwar ohne Negierung, ohne irgendwelchen anderen Spaß. Der wird 1, 2, 1 immer genommen. Sehen wir auch. Die MAC-Adresse endet mit 37.0.2.10. Und auch hier hinten dran haben wir die 37.0.2.10. Also auch die hintere Teile der MAC-Adresse wird komplett in die IPv6-Adresse übernommen. So, jetzt wissen wir auch erstmal, okay, der Netzwerkpräfix, das ist der Teil, den wir zum Beispiel von unserem Netzwerkadministrator, unserem Service Provider oder eben von uns selbst, wenn wir selbst der Netzwerkadministrator sind, den wir festlegen für unseren Netzbereich. Da können wir natürlich auch nicht frei auswählen. Es gibt da bestimmte Netzbereiche, die man frei wählen kann. Es gibt bestimmte Bereiche, die man natürlich nicht wählen kann und so weiter und so fort. Ich gehe da jetzt nicht nochmal auf jeden Punkt einzeln drauf ein. Wie gesagt, das sind 150 Seiten oder über 100 Seiten auf jeden Fall. Kann ich jetzt nicht alles verarbeiten. Es gibt also bestimmte Bereiche, die man verwenden darf. Das habe ich mir übrigens ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt an diesem Bereich drin ist. So genau habe ich jetzt gar nicht genau nachgeguckt. Aber dieser Netzbereich hier, der ist fest, sage ich mal, für unser Netz. Und der Identifier, der wird, also der Interface-Identifier, der wird über die MAC-Adresse gebildet und zwei zufälligen Blöcken, die dann hier in der Mitte stehen. Okay, warum jetzt zufällig? Dann gucken wir erstmal auf die nächste Seite, bevor wir jetzt irgendwie etwas hin und her basteln. Wenn ein Rechner, hier in der Mitte, hier fangen wir an, dieser Rechner möchte ins Internet, dann muss er als allererstes eine IP-Adresse bekommen. Bei IPv4, das kennen wir bereits, das kennen wir zum Beispiel aus dem Packet-Tracer-Video, da macht der Rechner ganz einfach eine DHCP-Anfrage. Der Rechner fragt also einfach, der brüllt einfach raus ins Netzwerk über die Broadcast. Hey, Broadcast, ja, dieser Kasten, wo da Broad drin liegt. Ich mache das mit Absicht, ich finde das immer geil, wenn sich da Leute so übelst darauf aufhaten, obwohl sie genau wissen, dass sie eigentlich, egal, ich sage dazu nichts. Und diese Broadcast-Adresse wird genutzt, um in das Netzwerk zu brüllen, hallo, weiß jemand, ob ich hier eine IP-Adresse habe oder so ein Spaß? Das macht er über die MAC-Adresse, ne, er sendet über die MAC-Adresse diese Anfrage raus und sagt hier, ey, kann mir mal irgendeiner von euch eine IP-Adresse geben? Dann hofft man zumindest, dass entweder ein Server oder zum Beispiel viele Fritzboxen-Router und allgemeinen ganzen Spaß, die man da so rumstehen hat, die übernehmen dann diese Antwort und sagen, jawohl, kannst du bekommen. Bleiben wir mal beim Beispiel Fritzbox. Eine Fritzbox schaut dann in den sogenannten Adresspool rein und guckt, welche IPv4-Adresse, also der alte Variante, ist denn gerade frei. Dann nimmt er sich eine freie Adresse und schickt es als Antwort zurück. Der Rechner konfiguriert sich dann mit dieser Adresse und hat eine IP-Adresse. Das war bisher dieser Ablauf. Das gibt es bei IPv6 in dieser Art nicht. Denn der Rechner selber fragt bei IPv6 einfach nur ins Netzwerk, hey, welche Netzadresse, welchen Netzbereich, also wir merken uns, den ersten Bereich, die ersten 64-Bit. Was ist denn hier in dem Netzwerk los? Welche 64-Bit sind denn hier für euch zuständig? So, dann sagt der Ruder hier, das sind sie. So, damit ist der Ruder fertig. Ende. Dem ist völlig wurscht, ob du da jetzt dran arbeitest oder nicht. Dann weiß der Rechner, okay, der Netzadressteil ist so, so viel. Den hinteren Teil haben wir gerade eben gelernt, wird über die MAC-Adresse und einem zufälligen Bit generiert. Somit kann der sich selbst eine Adresse geben, wenn er den Netzbereich kennt. Der Vorteil von dieser Kommunikation ist, der Router weiß ganz genau, was im Netzwerk los ist. Denn der kennt jetzt diesen Rechner, weil er bereits angefragt hat. Das heißt, es ist keine IP-Adressenvergabe möglich, ohne dass sich hier die Geräte angemeldet haben. Ihr versteht hoffentlich, worauf ich hinaus will, das ist ein Sicherheitspunkt. Der Router weiß also Bescheid, okay, wenn schon was in meinem Netzwerk los ist, dann muss er sich vorher bei mir anmelden, sonst weiß er nämlich gar nicht, was ich für ein Netzwerk bin. So, das ist der ganz einfache springende Punkt. Und alles andere macht der Rechner automatisch. So, jetzt könnte es natürlich durch Zufall sein, dass aufgrund der MAC-Adresse und dem zufälligen Bit, den er generiert, eine Adresse doppelt vergeben wird. Das ist natürlich doof, denn doppelt vergebene Adressen würde ein Netzwerk zusammenbrechen lassen. Minimum für die Geräte, die die doppelten Adressen haben, wenn nicht sogar das gesamte Netzwerk. Also, was passiert? Es gibt ein sogenanntes DUT, Duplicate Address Detection. Dabei wird wie folgt gearbeitet. Der Rechner erstellt sich erst einmal eine fertige IPv6-Adresse, konfiguriert sich auch damit. Und danach sendet er an diese Adresse eine Anfrage. Er schickt einfach irgendwie so eine Art, hey, hallo, wie geht's dir? Wenn eine Adresse, also wenn eine Antwort zurückkommt, dann weiß der, oh Moment, shit, da ist ja jemand. Dann weiß er, oh, die Adresse ist schon vergeben. Dann ändert er diesen Bereich, und schon wissen wir nämlich, warum er das zufällig generieren kann. Dann ändert er den Bereich, den er hier hinten drin hat, und macht das Gleiche wieder. Er schickt wieder eine Anfrage los, dann wird das ja eine andere Adresse. Und wenn er wieder eine Antwort bekommt, weiß er, oh shit, die Adresse ist auch vergeben. Das macht er so lange, bis er irgendwann keine Antwort bekommt. Und dann weiß er, oh okay, diese Adresse ist gerade frei. So, jetzt könnte der eine oder andere denken, ja, und was ist, wenn der andere Rechner gerade aus ist? Gar kein Problem. Sobald der andere Rechner, der normalerweise diese Adresse hat, wieder angeht, macht er ja dasselbe wieder. Er fragt an, hey, wie sieht's aus mit der Netzblablabla, mit der Netzadresse. Dann geht er zum Router, der Router antwortet, und dann macht der das. Dann schrägt der das los. Hey, ist die Adresse frei? Oh shit, die ist jetzt vergeben. Mist. Dann ändert diese Puts und macht dieselbe Anfrage wieder. Und das macht er so lange, bis er selbst wieder eine Adresse hat. Der hat zwar eine andere Adresse, aber das macht ja nichts. Die Netzwerkkonfiguration ist also so automatisiert, ohne dass ich ein weiteres Gerät benötige und ohne dass ich zum Beispiel einen Server brauche, der irgendwelche Pools verwaltet oder sonst was für einen Blödsinn macht. Und ich habe immer eine Anfrage beim Router. Das heißt, ich kann nachkontrollieren, was in meinem Netzwerk los ist, an einem zentralen Ort. Wie gesagt, wir reden hier von der automatisierten Aktion. Man kann natürlich auch IPv6-Adressen statisch vergeben. Das macht man allerdings nur dann, wenn der Administrator auch weiß, was in dem Netzwerk los ist. Weil ich gehe jetzt nicht zu irgendjemandem hin und vergebe mir eine statische IP-Adresse. Ich weiß ja dann selber nicht, was ist das für ein Netzwerk. Entweder muss ich es wissen, um es eingeben zu können, oder der Rechner auf automatisch muss es wissen. Dann meldet er sich automatisch am Router an. Kurz gesagt, wir wissen immer, was in unserem Netzwerk los ist als Mensch. Entweder am Router oder weil uns gerade jemand fragt. Okay, ich hoffe, das hat man verstanden. Also dieses DAD ist ein furchtbar geniales Tool oder ein furchtbar genialer, wie soll ich sagen, ein furchtbar genialer Erfindung, damit hier keine Adressen doppelt vergeben werden und damit trotzdem sehr wenig Traffic im Netzwerk herrscht. Gucken wir doch mal weiter, was wir noch Schönes haben. Als nächstes wissen wir ja, der Typ sieht das auch schon so. Also, wenn ich jetzt eine IPv6-Adresse habe und gerade eben vom Thema Sicherheit spreche, dann ist es natürlich doof, wenn ich aus der IPv6-Adresse die Hälfte der MAC-Adresse sowieso schon lesen kann und die andere Hälfte mit nur einer einzigen Bitzahl, also mit einer einzigen Drehung sofort erfahre. Das heißt, wenn ich von irgendjemand von euch die MAC-Adresse sehe, die IPv6-Adresse finde, dann sehe ich mit einem einzigen Klick oder mit einem bisschen Kopfrechnen, wer ein bisschen mit Dezimal und Hexadezimal so arbeiten kann im Kopf, der weiß sofort die MAC-Adresse von dem Gegenüber. Das ist doof. Denn, wie wir wissen aus meinem MAC-Adressen-Video, wer es nicht weiß, hat es nicht angeguckt, ist in der Videobeschreibung, MAC-Adressen sind absolut einmalig. Die sind einmalig auf diesem ganzen Planeten vergeben. Und wenn ich weiß, welche MAC-Adresse dort vorhanden ist, dann kann ich das natürlich ausnutzen. Und das ist eher doof. Das haben ja auch die Leute entdeckt, die IPv6-Adressen rausgebracht haben und haben daraus hin etwas Tolles erfunden. Da habe ich mir so einen tollen zweiten Smiley rausgesucht. Hä, sind die nicht hübsch? Und zwar die Privacy-Extensions. Die Privacy-Extensions, die machen folgendes. Hinten dran, also wir haben am ersten Teil ja sowieso unseren Netzteil. Der ist sowieso immer gleich. Der ist, wenn ich den weiß, ja toll, da weiß ich, welches Netz da ist, aber nicht was da drinnen los ist. Und hier hinten drinnen, der Teil wird ja durch MAC-Adressen gebildet. Wenn ich die Privacy-Extensions zusätzlich nutze, dann wird allerdings zufällig hinten dran eine Zahl gebildet. Man kann das jetzt so beschreiben, als wenn virtuell eine MAC-Adresse erzeugt wird. Das ist nicht ganz richtig. Die Umschreibung reicht aber, damit man sich vorstellen kann, wie denn das funktioniert. Also dieses Tool nenne ich jetzt mal, diese Erweiterung, die nutzt einfach nur aus, dass wir hinten dran andere Zahlen nutzen. Und zwar komplett. Nicht nur einfach nur 4 in der Mitte und das war's. Und der Rest bleibt schön die MAC-Adresse. Sondern wir nutzen einfach willkürlich irgendwelche Zahlen. Und damit haben wir eine höhere Sicherheit. Denn keiner kann von außen unsere MAC-Adresse sehen. Das ist natürlich ja verdammt geil. Und zusätzlich, um das noch ein bisschen schwieriger zu machen, wechselt sich auch noch die Adresse regelmäßig. Das ist jetzt mit regelmäßig sehr unterschiedlich gesagt. Man kann das sogar auf Minuten einstellen. Man kann das einstellen auf Tage, theoretisch auf Monate und so weiter und so fort. Es wechselt. Man kann es wechseln lassen, diesen ganzen Anteil, der hinten dran für das Interface zuständig ist. Und das erhöht die Sicherheit natürlich extrem stark, wenn meine IP-Adresse sich automatisch wechselt. Gibt es bei IPv4-Adressen so ähnlich, wird dann allerdings komplett anders gemacht. Hat nichts mit Privacy-Extensions zu tun. Okay. So. Jetzt haben wir natürlich noch was. IPv6-Adressen. Wir haben hier vorne DHCP stehen, NAT stehen. Wir haben ein bisschen was mit dem Thema Sicherheit stehen. Jetzt haben wir auch gehört, okay, gut, Privacy-Extensions gehören definitiv in den Bereich Sicherheit. Ich habe euch am Anfang des Videos schon gesagt, das Video wird sehr komplex. Jetzt ist es so, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiter über irgendwelche Erweiterungen reden. Ich glaube aber, dass das zu weit in die Materie geht und dass das auf meinem Channel nicht so ganz passt. Ihr wisst jetzt nach diesem Video, wie IPv6-Adressen entstehen, was das überhaupt sind, wie sie aufgebaut sind. Ihr habt gesehen, wie sie binär berechnet werden. Die werden dann einfach nur hexadezimal beschrieben. Wenn ihr selber Subnetting durchführen wollt oder so weiter, gibt es überhaupt keine Unterschiede zum IPv4-Video, was in der Videobeschreibung verlinkt ist. Das muss ich hier also auch nicht nochmal extra zeigen. Es gibt ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel durch diese ganze Automatisierung, habe ich ja schon gesagt, fällt der DHCP-Dienst weg. Also der Dienst, der bei IPv4 benötigt wird, um IP-Adressen zu vergeben. Das ist das, wo ich meinte, dass da zum Beispiel ein Router oder ein Server in den Adresspool reinschaut, um zu gucken, welche IP-Adresse gerade frei ist. Es gibt bei IPv6 keinen Adresspool. Es wird zufällig generiert, dann wird via DUT dort eine Anfrage geschickt und wenn keine Antwort zurückkommt, weiß der Rechner, okay, dieses Ding ist leer. Fertig. Und schon kann man, also ohne dass irgendwas doppelt vergeben wird, ein ganzes Netzwerk aufbauen. Es gibt also eine automatische, wie soll ich sagen, Adressierung im Netzwerk. Das ist furchtbar genial, nimmt auch den Netzwerk-Administratoren jede Menge Arbeit ab. Das ist natürlich klasse, wenn das das Protokoll schon selbst unterstützt. Wir wissen, dass wir sie ein bisschen kürzen können, wobei, ich habe ja schon die gekürzte Version, sie ist immer noch viel zu lang. Also, ja, für uns Menschen, wir können damit eben nichts anfangen. Das heißt, der DNS-Dienst, damit wir eine IP-Adresse auf einen Namen übersetzen, zum Beispiel diese MAC-Adresse auf eine Domain namens united-freaks.de. Das gibt es leider nach wie vor nicht. Also wir können DNS nicht weglassen. Wir haben allerdings die Möglichkeit, NAT wegzulassen. Network Address Translation. Das nutzt ihr zum Beispiel bei IPv4. Ihr habt auf eurer Routerseite Richtung Internet eine IP-Adresse. Die wird euch vom Internet-Service-Provider, Telekom, 1&1, Vodafone, Kabel Deutschland, wie die ganzen Typen halt auch heißen, die werden euch da zur Verfügung gestellt. Im Normalfall für 24 Stunden. Es gibt welche, die sind länger da, welche, die sich gar nicht ändern. Ja, 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 ja. Diese Adresse ändert sich im Normalfall. Es ist eine dynamische IPv4-Adresse. Eine IPv4-Adresse. Warum sollte uns das auch klar sein? Ich gehe noch mal ganz kurz hierher. Denn wir sehen, wir haben nur so viele Adressen. Das heißt, wenn ihr zu Hause 100 Geräte habt, dann kann euch euer Internet-Service-Provider nicht 100 Adressen zur Verfügung stellen. Ihr kriegt trotzdem nur eine. Und jetzt gibt es das NAT, Network Address Translation. Euer Router, euer Allgemein-Router, IAD, vielleicht sogar ein Server zu Hause, der macht jetzt diese eine Adresse und vergibt selbst wieder IP-Adressen. Es gibt IP-Adress-Bereiche, also private Netzwerke bei IPv4-Adressen. Und diese privaten Netzwerke, die sind nur bei euch zu Hause zuständig. Also fast jeder von uns hat eine IP-Adresse, die anfängt mit 102.9.68. Bei Fritzboxen zum Beispiel 129 schon 68, 178.1.2.3.4.4 und so weiter. Das hat fast jeder von uns, der eine Fritzbox hat und das nicht geändert hat. Und dementsprechend gibt es die IP-Adresse übel oft auf diesem Planeten. Das ist richtig. Aber durch das NAT wird die IP-Adresse nur benutzt, um mit eurer Kommunikation bis zum Router zu kommen. Und euer Router nutzt dann das NAT, übersetzt das auf die IP-Adresse, die von eurem Internet-Service-Provider kommt und wird dann damit weitergeschickt, die Anfrage. Somit könnt ihr zum Beispiel 100 Geräte über eine IP-Adresse nutzen. Somit geht hier aus diesem Adresspool nur eine IP-Adresse raus. Aber ihr habt 100 Geräte damit angeschlossen. Eine geniale Sache, aber natürlich immer mit Zeitaufwand. Denn so ein NAT dauert natürlich. Der Router muss arbeiten dafür, damit ihr eine Kommunikation habt. Und zwar nicht nur am Anfang, sondern immer. Jeder einzelne Bit muss umgerechnet werden. Jedes Datenpaket muss umgeschrieben werden. Das dauert. Das gibt es hier nicht. Fertig. Hier haben wir eine Adresse und können losfeuern. Fertig. Wir haben hier keinen NAT. Wir haben hier keinen DHCP. Wir haben hier nicht den ganzen Blödsinn, der dazwischen drin hin und her kommt. Noch dazu. Das spreche ich aber nur kurz an. Das habe ich nicht als Bild. Noch dazu hat IPv6 einen bisschen anderen Header. Wer sich jetzt ein bisschen auskennt mit den Header und so weiter. Das ist jetzt eher so ein bisschen fachspezifisch. In dem Header ist eine standardmäßige Verschlüsselung aktiviert. Das heißt, IPv6 ist an sich schon sicherer bei der Kommunikation. Kann viel mehr Daten, größere Datenpakete pro, ja wie soll ich sagen, also im Traffic kann das viel höher eingesetzt werden, weil bis zu 4 GB Datenpaket pro Paket genutzt werden kann. 4 GB Speicher. Das ist verdammt viel. Ist wie gesagt sehr fachspezifisch, hat vor allem viel mit dem Aufbau von diesem ganzen Datenpaket zu tun. Da möchte ich aber wirklich nicht zu weit rein, das wird zu weit. Ich hoffe, es reicht trotzdem, dass ihr verstanden habt, wie eine IPv6-Adresse aussieht. Wir haben hier ein paar Regeln, die wir achten müssen. Wir können uns ja alles nochmal ein bisschen angucken. Das ist das Wichtigste, dass man weiß, es gibt nach wie vor einen Netzpräfix, nach wie vor einen Teil, einen Interface-Identifier, aber das hieß bei IPv6 nicht so. Es gibt nach wie vor einen Netz- und einen Hostanteil, so kann man das vielleicht nennen. Und wenn man das binär aufschreibt, dann sind es kurz gesagt einfach nur mehr Zahlen. Aber ansonsten ändert sich auch im Subnetting und so weiter nichts. Der Identifier wird durch MAC-Adressen gebildet, es sei denn, man nutzt dieses Privacy Extensions, dann wird es zufällig generiert. Als Anfrage kann es sich selbst konfigurieren, das heißt, wir benötigen keinen DHCP-Dienst mehr, wir müssen nicht mehr auf irgendwelche Adressen warten, das kann der Rechner immer selber machen. Bei einem Rechner im Netzwerk merkt man vielleicht den Unterschied nicht, aber stellt euch vor, es geht ein ganzes Netzwerk von, sagen wir jetzt übertreiben wir euch mal ein bisschen, von 2000 Rechnern gleichzeitig online, dann könnt ihr wirklich mit einer richtigen Wartezeit rechnen, bis euer Netzwerk richtig läuft bei IPv4, während dem bei IPv6 auch 2000 Adressen gleichzeitig generiert werden. Das geht ja bei IPv4 nicht, da wird 2000 Anfragen geschickt und euer Rechner, Router, Server, was auch immer, der muss 2000 Antworten schicken und muss natürlich auch 2000 Adressen frei haben. Ja, also schon alleine die Wartezeit, weil allein beim Starten ist dementsprechend bei IPv6 viel schneller. Noch dazu, wir haben eine standardmäßige Verschlüsselung und so weiter und so fort. IPv6 hat also sehr viele Vorteile, aber sie sind lang, sie sind doof und die meisten Geräte, oder viele Geräte unterstützen es noch nicht. Neuere Handys, neuere PCs und so weiter sowieso, aber alte Geräte eben nicht. Und deswegen denke ich, dass wir zu Hause im privaten Bereich nach wie vor noch ganz lange IPv4 finden werden, was meiner Meinung nach auch das Bessere ist für das eigene Heimnetzwerk. Ich rede davon, was weiß ich, 3, 4 Rechner, ein Fernseher, 2, 3 Smartphones und gut. Ich rede nicht von Firmennetzwerken mit tausenden Rechnern. Und ich denke, im Internetbereich, und das wird heutzutage schon sehr viel gemacht, werden wir nach und nach IPv6 antreffen, bis wir zum Schluss irgendwann nur noch mit IPv6 arbeiten. Das wird irgendwann passieren, dass wir IPv6 nicht mehr kennen, aber ich sehe hier noch keine absehbare Zeit, damit wir die IPv4-Adressen vergessen. Gut, ich hoffe, das reicht. Wir haben eine halbe Stunde darüber gelabert. Ihr könnt mir mal Daumen hoch, Daumen runter geben, ob das verstanden wurde, wie IPv6-Adressen aufgebaut sind. Ihr seht, es ist ein sehr komplexes Thema, ich hoffe trotzdem, ich konnte es einigermaßen rüberbringen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, macht's gut.